Ja, also mein Name ist Markus Einer und ich war hier einer der Lehrkräfte vor Ort und habe das so ein bisschen organisiert. Insgesamt waren wir heute mit knapp 29 Teams aus zwei Schulen bei einem wirklich absolut spannenden oder mega spannenden Event. Es ging eben darum, Startups zu entwickeln und hier vor einer ganz tollen und interessanten Jury zu präsentieren. Hallo, ich bin Kai Pockensee, Professor für internes Rechnungswesen an der Fachhochschule Kiel. Die Fachhochschule Kiel organisiert die Startup Challenge SH und ich bin nur zu gerne heute nach Neumünster gekommen, denn Neumünster wird ja auch Standort unserer Fachhochschule. Der Pflegestudiengang wird hier initialisiert werden und ich habe heute als Juro in der Startup Challenge mitgemacht und freue mich auf die Teams aus Neumünster, die ins Finale nach Kiel zur Startup Challenge kommen, die am 24. Februar dort stattfinden wird. Moin, ich bin Janik Noack, wir sind hier im Login in Neumünster. Wir haben hier heute kleine Präsentationen gehalten mit vielen Gruppen. Es ging um Firmengründung. Meine Gruppe Nettelpiek ist auf dem ersten Platz gelandet. Ja, weit geht's weiter. Mal sehen, ob wir da auch gehen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.